Okay, die Boys sind wieder weg, wir haben jetzt die DPI-Zahl runtergestellt, also wir sollten jetzt mehr Kills haben, wahrscheinlich. Ja, wir werden jetzt das Match dominieren, natürlich. Ja, das ist 800 DPI. Ich weiß nicht, wahrscheinlich immer noch zu viel. Ich habe jetzt 400 gemacht. 400, okay. Musst du dich da nicht halb verrenken dafür? Geht. Okay, schauen wir mal. Vielleicht quält ihr das ja besser, wenn die ein bisschen langsamer ist, die Maus. Zumindest weiß ich, dass die Pros etwas niedrigere DPI haben, als wir immer. Das ist 1500, das ist zu viel, oder was wir vorher hatten. Weil sonst jede kleine Mini-Bewegung, weißt du, direkt die Maus um ganz nach links zu drehen. Das ist echt so. Wir werden trotzdem noch genauso scheiße sein, aber egal. Ihr könnt hier live unseren Fortschritt verfolgen. Mini-Fortschritt werden dann 0,0001% besser werden. Okay. Lass mal was verbringen, du kannst was andere rausprobieren. Ja, wohin willst du denn? Mega Maul, oder weiß ich nicht. Na komm, Mega Maul. Wenn wir mal den gleichen Scheiß sehen, wir angucken, kein Bock. Dann müssen wir halt nur schnell genug dahin laufen, wieder zurück. Ja, genau. Aber schnell looten, jetzt ruckzuck und dann let's go. Ja, die... Wir haben ja hier so einen Windtunnel. Ja, die Zone ist bis zu den Fern, aber wir kommen trotzdem gut dahin. Okay, wir sind tot an. Ja, das ist bestimmt nicht. Pizzapit ist ja. Ich habe hier keine Waffe, oder was? Also hier gibt es bestimmt viel zu holen. Okay, schauen wir mal. Was ist das hier? Brauchst du knisterndes Lagerfeuer? Nee. Nee. Das war auch nicht cool gemacht, mit dem Lufttunnel, damit man schnell wieder zurückkommt. Mhm, genau. Über die Map. Weil sonst war das ja echt scuffed, ein. Ne, Scaffi Joe? Ja, hier gibt es überall so ein paar kleine Sachen, wenn wir mal wieder, wo man schnell über die Map kommen kann. Ja, ja. So, okay. Was habe ich hier? Oh. Sturmdruck, ja. What the fuck is this shit? Ach, das Ding hat's hier. Was haben wir hier? Nix. Das ist eine Waffe, kann ich nicht nehmen, ey. So. Ich war nicht lila. Schade. Maraddo, soll ich mich langsam zurück? Oder hast du einen Kacker? Warte. Riecht nicht hier oben. Nee. Okay, hier ist jemand. Ja, die Map wird sich langsam zuziehen. Lass mal Richtung Dings laufen, vielleicht finden wir einen Roboter unterwegs. Vielleicht können wir auch den Windtunnel nehmen einfach. Oder so, stimmt. Zeig mal, wie das geht. Lass mal hier rausfinden. Lass mal hier einen Weg rausfinden. Da kommen den Geruch. Ah, okay. Also ich bin mal Windtunnel jetzt. Ja, ich tue noch einen Weg raus. Bist du denn? Und da, komm hoch. Immer noch in der Mega-Mor. Ich auch. Oh. Ist ein Gegner. Das war ich. Ja. Aber ich spiel den Tunnel schon mal rein. Darf mir zu lange da mit dir. Cooler Tunnel auf jeden Fall. Ah, Mist. So, was. Für Disney-Phone. Aua, die Map ist noch ein gutes Stück entfernt. Heftig. Der Windtunnel geht natürlich nur so da hinten so ein paar Meter, ne? Die Dings zieht sich zu, ne? Ja, ich komme. Okay. Komm, Schütter. Ich bin unterwegs. Ich sehe dich. Ja, wir haben noch ein Stückchen, aber... Ja. Wir werden verrecken. Eigentlich müssen wir bauen und ein bisschen hochbauen. Damit wir abspringen können. Und dann können wir gleiten. Ein Stückchen. Aber ich habe nichts mehr zum Bauen. Nee. Ich auch nicht, Boy. Oh, nee. Wird knapp. Schafft mir fast nicht mehr. Was ist hier? Hier scheint so ein Ding zu sein. So ein Sprung-Ding, guck mal hier und dann. Ah, wunderbar. Ein Launchpad. Hat jemand uns schon mal so ein Ding gebaut. Mhm. Da glaube ich. Ich könnte es knapp schaffen, vielleicht. Hier kann man auch nochmal abspringen. Ja, hast du noch eins? Nein, du kannst einfach nur die Klippe runterspringen. Ah, gut. Ich gehe mal hier, aber glaube ich, ist besser. Hier ist ein Roboter. Pass auf, du wirst vielleicht eh wahrscheinlich sterben jetzt. Ich auch. Wo ist denn? Hier vor dir. Ja, ja, ich weiß. Mit dem Fokus. Okay. Kannst du noch drücken. Ich dachte, ich bin so gut wie du bist. Okay, jetzt haben die mich auch down. Ja, der scheiß Roboter. Die sind da aus dem Roboter gesprungen und da haben die mich down gemacht. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin mitten in der Action hier. Hey, ich habe einen Kill bekommen. Von was denn? Weiß ich nicht. Gleich noch vom Roboter. Kann natürlich sein, ne? Wozu ist der Saufkug eigentlich? Oh, fuck. Was denn? So ein Typ will mich gebumsten. Aha. Heftig, Mann. Ich wollte gerade Saufkug probieren. Der Ficker, ey. Da ist ein Roboter irgendwo, glaube ich. Bei mir. Ja, oh, da ist ein Roboter. Da kannst du sogar einsteigen. Sollen wir? Ich muss erst mal finden. Mal wieder. Da. Ja, warte auf mich. Warte auf mich. Kann ich nicht mehr. Oder was? Ich bin aber nicht mehr. Ich bin aber nicht mehr. Die finden mich immer als Opfer. Ich weiß, wir sind gerade so gut am Kämpfen mit dem Boy hier. Nein. Ja, schon während der Luft abgeknallt. Die haben viele gekillt. Das war ganz lustig. Ich war gar nicht mehr. Ich war nur der Schütze. Da ist einer. Ich habe einen Sniper. Oh, verdammt. Aber einer Sniper mich schon. Sniper Master. Ich bin ja bei den Gegenden irgendwo gelandet. Ja, super. Ich bin wieder down. Ja. Diese Runde verlieren wir. Ich bin irgendwo auf einem Berg. Ich bin ja bei den Sniper. Ditt, 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 ditt. Ah, da bist du. Kommt einer auf dich zu. Pass auf. Kommen alle auf mich zu. Mhm. Ah, hier sind die hinter... Hier war ja voller Gegner alles. Der Boy ist direkt ins, in die falsche, äh, falsche Bogen. Ist echt so. Okay, hier oben. Das wahrscheinlich geht. Hier oben scheint keiner zu sein. Ich bin nicht schlecht. Ich bin mega schlecht. Ich bin mega schlecht. Boy, why are you down? Oh, jetzt bin ich down. Einer hat mal einen Platz gefunden und, äh, hat geknallt. Die können sie nur, äh. Mhm. Wenn ich auch nicht mag, dann müssen wir in Italien. Mhm. Wieder down. Diese Runde gehen wir voll. Mhm. Diese Runde bist du nicht ganz bei dir. Deswegen verlieren wir. Ja. Genau deswegen. Weil ich nicht meinen besten Tag heute hab. Na. Wieder tot. M-m-m-m-m-m. Schlückchen Energy, oder wat? Gönn dir. Mhm. Der, 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 der. Ach, du bist hier. Ach, du bist hier. Kacka gekommen, oder was? Komm, wir gehen mal in die Zone. Komm gleich. Ach so. Oh, ja. Was machen wir hier überhaupt? Komm. Ja, lass doch in die Zone. Läuft wieder. Hä? Muss man das verstehen, was du da machst? Ja. Komm, lass mal die Zone. Läuft genauer zurück zur Zone. Oh, shit, boi. Oh, shit, boi. Oh, shit, boi. Da ist einer. Pass auf, wir sind tot. Wenn du landest, sind wir direkt tot. Wo ist der? Tot. Da ist sich bewegt, deswegen konnte ich den töten. Weißt du? Wenn man sich jemand nicht bewegt, dann können wir den töten. Das ist dann unsere Chance. Ja. Müssen wir zugreifen. Müssen wir die Chance packen direkt. Ich hab vier Kills, und du? Einen. Einen. Bitte langsam noch was auf dir. Fünf Kills. Anonym 280. Ja, irgendwie ein Streamer, der gar nicht denkt, dass ich, äh, der ist Killer. Wenn ich ihn killen kann, dann ist er kein guter Spiel. Na, oder? Wenn wir beide den töten können, dann ist er echt schlecht. Ah, was für ne Runde wieder, Mann. So ne Scheiße. Mensch verlassen? Ja, komm. Ich komm, noch ne Runde. Schönen Energy Drink. Ich kenn mir jetzt auch einen, warte mal. Hast du einen, oder was? Ja, einen Moment, der steht direkt neben mir. Ich muss ihn mal aufmachen und holen. Ja, ja, mach das. Ja, kein Stress hier. Oh shit, wenn du jetzt Energy trinkst, dann geht's ja voll zur Sache gleich. Dann rastest du ja gleich richtig aus. Hier sind jetzt zum Glück keine Bienen, so wie gestern draußen. Also gestern, da draußen. Hast du keinen Bock, eine Biene zu fressen? Mhm. Oh ja, warum nicht? Bereit? Ja, komm. Ich hab grad gesagt schon, du trinkst das Energy, das heißt, du bist jetzt richtig ausrasten, dem Game. Mhm. Oh shit. Oh shit. Jetzt müssen wir sich die, da müsste ich der Gegner... Jetzt muss ich unser Team auf was Schlechtes einstellen, meinst du? Ja. Bis so. Also ich bin nicht so der Ege-Shooter. Ich bin ja vielleicht bis zur Open World Survival Geiser. Vielleicht, wer weiß. Hm. Vielleicht musst du so Seven Days rasten, also mal anrasten, ausrasten. Oder vielleicht komm ich mit der Pumpka nicht zurecht, muss ich mir mal eine andere Wache und das nicht. Ich glaub, die sind einfach zu schlecht. Vielleicht liegt eine andere Wache besser. Nee, glaub ich auch nicht. Jede Waffe, wir kommen mit jeder Waffe nicht zurecht. Mhm. Was hat der für eine riesen Waffe, heftig. Was wenn man den Bus kaputt macht, bevor man startet? Gut. Passiert natürlich nix. Okay. Okay, wo jetzt? Ja komm, probieren wir was aus. Hier. Waterman ins Block. Hm? Waterman ins Block. Ja komm. Wo ist das, Alter? Was heißt, wenn wir sterben durch die Zunge? Scheiß drauf. Okay, dann. Mhm. Wir sind eh keine Hilfe für unser Team. Ja, boah. Wir haben aber einen weiten Weg gleich. Mhm. Ich geh mal hin, boah. Okay. 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 Oh, hier ist der Stein. Tttt... 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 Was ist das für eine scheiß eigentlich hier? hier ist noch munition aber nix ich hab waffen ein bisschen das ist ein paar schrottwaffen lasse ich nehmen danke haben wir hier stein kann man nehmen und wie sagt der müller schlägen wo ist das ja also pampi sowohl zu pampken testen kannst du hier ich habe jetzt mit den schluss hintergolig versuchen damit zu zocken meinte man kann es doch das gleiche ich kann sofort wieder einen moment ich würde sich aber nicht verteidigen hier da ist doch was bauen wir denn mal zu hier da bin ich wieder du hast mich zugebaut danke hast du mal postbote geklingelt ja so ja genau was bestellt die freundin hat bestellt okay sagen wir richtung ja müssen wir jetzt und gezungenermaßen was das hier eigentlich hier ist so ein das habe ich gemacht nix verstanden ich habe zur not auch ein 33 von den landspätzen ach so können falls ich habe auch glaube ich einen gerade bekommen hier warte mal ich gebe dir eine coole waffe ich habe zwei davon hier raketenwerfer ja wo steht ja ein schuss nur bewusst auf und hält was munition dafür ich habe einen schuss habe ich hatte mal ich habe davon auch nur zehn die waffe nicht effektiv benutzen können beide zwei götter hier mal hier ist ein ding wieder ach du kannst wenn du hier steht das dass sie dir hier holen da oder das das ist das denn infanteriegewehr mhm das ist gut keine ahnung mal probieren das hat sich stark nach robotern gehört hast du mir nach war da was also mhm is s w war ich wars war es lang müssen wir eigentlich noch gar nicht mehr so weit ich will es nicht schaffen muss ja ich komme nicht so warte mal jetzt kommen müssen ich glaube mussten ist mein boden dafür bauen ich habe schon gemacht 1 okay dass du machst benutze deins jetzt so jetzt sind wir in der zenten besorgen in besorgen ich warte auf dich zu zweit haben wir eine chance zu überleben zwei sekunden länger ich habe ich jetzt jeden angelockt den es hier gibt so durch den schuss so wir sind in der saun da oben ist der kiste können wir heute der gönn dir samstag wo sind ein paar gegner gegner ich glaube da oben war einer heftig fliegt die lange da oben ist einer tot kack dickchen kack dich an kack dich an also da oben ist einer auf dem berg auf dem berg ist er ja ich habe den tot zeig mir deine sniper skills sniper gott so ein hoverboard hätte ich auch gerne da sind zwei kills beigetragen umgeschossen verdammt weiß ich nicht mehr wer ist da einer wo ist denn einer hier die sind genau in der mittel ich so gesehen fast hier neotilted oh das ist ne summer was geht ab yo das liegt um zuerst diese da sind die 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 Boah, ich bin ja voll wie ein Monster gerade hier Zwei Leute gerade gekillt Zwei Kills Also ich habe vier jetzt insgesamt Schon wieder bin ich down Ich bin dann wieder den gleichen Typen getötet Der dich getötet hat, der hat mich schon zweimal davor getötet Boah, das war ein Rache-Kill An dich dachte, du wärst ich wahrscheinlich Ich habe wenigstens einen down jetzt Ich habe fünf Nice, boah, das ist meine Runde Deshalb bin ich nicht useless für meine Gruppe Ich habe wieder einen down Heftig, was denn da los ist jetzt auf einmal Sechs Kills habe ich getan Boah, super Du? Einen Fuck, da hat er mich gut erwischt Da hat er waren, wow, direkt zwei Das hat er mich getötet, der mich die ganze Zeit gekillt hatte Das könnt ihr auf meine Ansicht übrigens euch anschauen Bei dir ist es eine Death-Streak, bei mir ist es Kill-Streak Boah, achso, du bist das Ja Ja, da gibt es nicht so Spaß nicht Du weißt, er ist ganz ein Killer Ist einer gelandet? Ja, ich glaub schon Ja, ich glaub schon Wir sind tot Da oben ist einer Ja, wir die bauen, he? Heftig, direkt gebaut Ich hab' ich nicht gesehen, wo warst du gerade eigentlich? Ja, ich bin down Useful guy, hier wieder Ich glaub ich muss mir eingestehen, dass ich das das spiel nicht mehr beherrschen werde ich habe sieben kills jetzt du bist so unvorsichtig manchmal steht einfach oben auf der treppe da so hallo welt du willst das spiel noch beherrschen wollen ja super ich glaube oben wollte dass er dann schützt so einen darf ich da und dann habe ich vor geschützt schon gerade meint aber gut hast du wenigstens einen kill zwei zwei drei mit verlassen mhm